Auf die Truppe. Die haben unglaublich zusammengespielt und natürlich der Dominik hat drei Punkte geholt. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier als Team. Wir haben alles super miteinander gearbeitet, hatten viel Spaß in der Woche, aber auch professionelle Arbeit am Platz abgeliefert und ja, es war einfach sensationell. Und wenn ein Dennis dann so ausgeht, mit so viel Drama, dann sitzt man am Ende dann mit einem Lächeln da und es macht einfach riesigen Spaß. Und ich hoffe, dass ich am Freitag einiges mit beitragen konnte, um dem Dominik zu buschen und zu helfen. Und ja, die anderen zwei Tage war ich eigentlich ziemlich ruhig und habe spielen lassen. Und speziell heute war nicht viel zu reden am Platz. Dominik hat alles richtig gemacht und besser kann man es nicht machen. Vielen Dank. Vielen Dank.